Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shellshock Live. Ja, nach einem Monat rühre ich das Spiel wieder an. Und ja, was machen wir denn als erstes? Ich kann das halt vermutlich nicht mehr allzu gutes Spiel. Okay, die haben ja einiges dazu geeddet. Das ist auf jeden Fall schön. Oh, er trifft gut. Oh, ich treffe aber auch nicht schlecht. Na, gut. Ich hab halt relativ genau getroffen, aber halt trotzdem kein Damage gemacht. Das ist immer geil. Hab ich irgendwas Exaktes? Ja, Summoner. So sollte ich ihn ziemlich gut treffen. Oh fuck. Bin ich tot? Nee, oder? Ich hab gar nicht drauf geachtet, wie ich gerade stehe für die. Okay, ich mach auf jeden Fall gut Damage. Boah, ich hab auch gut kassiert. Ich hab echt nicht so geile Waffen, ne? Ich versuch mal einen Square einfach zu schießen. So mitten rein am besten, damit er beide trifft. Okay, es trifft keinen. Ah doch, der da drüben, okay. Oh scheiße, ich bin fast tot. Ja, moin. Safe bringe ich nochmal ein Meter mit um. Oh, Sex-Damage, Leute. Das ist krank. Ja okay, wir sind eh tot. Ja. Das war jetzt meine erste Runde seit über einem Monat, also. Ist schon okay, denke ich. So, neue Runde. Oh, ich weiß halt nicht, wie ich treffe, ne? Ich hab auch keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass ich einigermaßen treffe. Das ist ja so lächerlich, wenn ich jetzt komplett verfehlen würde. Boah, es ist kurz, oder? Boah, scheiße. Nee, das ist gut. Das ist, der kommt gut. Boah, schönes Ding. Oh, scheiße. Okay, mir ist jetzt verstanden. Ich gehe komplett drauf. Mit Napalm. Und dann muss es mein Mate noch heißen. Was? Okay, ich dachte gerade schon. Oh lol, ich lebe noch. Bitte, das wäre etwas zu göttlich. Nein. Mit meinem Mate bin ich gestorben. Sonst hätte ich überlebt. Oh, schade. Ja, genau. Da fehlt zwar noch ein N ab, aber sonst passt das Ganze. Wow. Ich bin echt überzeugt von dem Mate. Vor allem, er ist Level 77 und er ist 71. Also rein vom Level müsste er es erschaffen. Weil am Anfang, als wir beide gestorben sind, hatten ja auch beide ungefähr gleich viel Leben. Aber irgendwie verkackt er es einigermaßen. Sich zu bewegen, auch mal eine Option vielleicht. Ja. Okay, kann man nichts machen. Okay, ein letzter Versuch gegen die beiden. So. Okay. 3D-Bomb habe ich ja viel, schon mal. Das ist schön. War 60 Damage. Ja. Nicht so helle Wahnsinn. 6D-Bomb habe ich ja viel, schon mal ein bisschen enttäuschend. Okay, dieses AC Dingens. Das ist ja, ja, das ist ein, so ein Strike, so ein Airstrike in krass. Ja. Mein Mäher hat gute Waffen. Er verkackst du halt komplett. Oh, 90 Damage. Das ist lecker. Wie viel? 67. Heavy Roller bei einer Kritte ist er tot. Darauf baue ich jetzt einfach. Schade. Oh. Okay. Okay. Jetzt muss ich ihn wenigstens noch mitnehmen, ne? Schade. Okay, hat ihn nochmal gemoved. Aber, dadurch kann ich beide ein bisschen hitten. Das ist auch gut. Da gebe ich ihnen auch beiden noch ein bisschen was mit. Vielleicht schaffen wir es dann dadurch. Wow. Er killt einfach nur mich, ne? Alter, dieser Mate, also wie der die Level 77 geschafft hat, ist mir echt ein Rätsel. Der Typ hat bisher 90 Damage gemacht. Respekt. Also wenn der ist jetzt schon wieder verkackt hier, also dann weine ich echt. Der hat mehr als doppelt so viel Leben. Nimm doch keinen Bouncy Ball, Junge. Nimm irgendeine safe Waffe. Ja, nochmal schön auf mich. Danke, du. Wirklich super. Ach, der kann sich überbewegen. Krass. Das wusste ich gar nicht, dass er das gern... Weil Bess hat das noch nie gemacht. Ja. Er verkackt schon wieder. Jetzt kommt Killing. Der hat schon wieder fast aufgeholt, den Vorsprung. Du, das ist mehr als doppelt so viel Leben wie er. Mehr als 100 Leben mehr. Okay. Schön. Danke. War es jetzt wirklich so schwer? So, und zum Abschluss drehen wir nochmal den Daily Win Bonus Spin. Und... Wow, schon wieder eins. Ich glaube, das war das letzte Mal auch schon. Oder war es da gar nichts? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. War auf jeden Fall jetzt erstmal auch was krasses. Ja, Leute, dann würde ich sagen, bewertet den Part. Haut rein und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.